hey du schön dass du da bist mein name ist chris wir spielen und streichen zufällig mal wieder eine katze wir begeben uns dahinten hin denn da wollen wir noch ein zwei gerne vier merlins prüfung veranstalten naja wirst du auch nicht doch nicht so gut dass wir jetzt auch nicht so gut wo ist er denn der kleine was die ich finde dich Kommt, Ringo! Ja, hier! Rettung! Kommt, Ringo! Kommt, Ringo! Rettung! Kommt, Ringo! Kommt, Ringo! Hm, hat noch nicht so funktioniert. Vom Timing war es ein bisschen ungünstig. Haben wieder drei Stück dazubekommen. Dauert noch ein bisschen. Weiß gar nicht, wie viel Geld wir jetzt eigentlich insgesamt haben. Wir gucken gerne einmal nach. Okay, 300 noch was. Wir haben aber da noch ein bisschen was zum Verkaufen. Und dementsprechend geht es noch mal ein Stückchen weit nach oben. Wenn wir da denn soweit sind. Hatten wir nicht noch einen weiteren Talentpunkt freigeschalten? Was haben wir hier? Wow. Wir gehen einmal? Aua! 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 an und schon haben wir glaube ich auch ganz viel ok ich erkenne eine prüfung mehr links wenn ich sie sehr oh das sind viele klingt mir sonst echt selten hier ganz viele von den schädeln bin gespannt was mit dem machen können ok erstmal drauf gehauen was wir so haben und festgestellt dass es so nicht funktionieren die brauchen wir hätten gerne mehr sein können da kommen wir nicht rein die oberen bewegen sich noch höher am höchsten müssen wir die das ganze war hier wir machen wir den raus das passt nicht dann kommen wir gerne mal später wieder ich meine so wie es hier ist dann passt das dass wir das einmal drehen müssen aber wie kriegen wir das gedreht ich gehe nur nach oben ich dachte es dreht sich tut es aber nicht da so passt ein stückchen weg gehen wir lassen den mal so dann passt das hinten auch und das nicht ganz versuchen wir mit dem dann passt das dann passt das das hätte ich jetzt so gemacht scheint aber dann doch nicht das zu sein dafür ein bisschen was gebraucht ok was machen wir jetzt als nächstes werden wir werfen einen blick auf die karte und stellen fest dass hier gar nicht noch mal so viel ist wobei wir suchen 1 rein da sehen wir schon ein stückchen mehr das hier ist soweit weg wobei wir können wir hierhin reisen und dorthin laufen 1 2 3 die fählung viert ist aber auch das finden wir irgendwo und das andere ich dachte es im trennen mit den tränen war gut uff hier gibt es viele gegner stimmt die waren schon mal trainer wir gehen einmal weiter vielleicht müssen wir auch das da unten so gedreht haben wie das oben drüber das hast du diesmal für mich auf lager wie wir haben da oben eine feuerschale da hinten dort die ist einfacher ich meine es nur die drei wir fangen mit wo war sie denn hier sahen auch schon mal besser aus so hier haben wir die eine das ist ein tick weit weg da müssen wir die oberen verweilen reicht das ok ist egal wenn das reicht so dann als nächstes begeben wir uns nach hier wir könnten auch fliegen wir laufen aber lieber vielleicht finden wir das ein oder andere interessante gegenständchen was uns sonst entgangen wäre sieht aber momentan nicht so aus ich weiß was das bedeutet eine prüfung merlins na mal gucken was ok das hat irgendwie funktioniert zauermäßig hits echtzeiten verwendet noch einer ah da hinten noch einer sehr gut wir rennen wir rüber denn da liegt das rum und der und hier und dort ok das nächste wo wir uns hinbegeben möchten liegt hier vorne ok das ist ja ich ja das ist ich das ist ich also Ihr seid schwach. Das muss sich Sebastian erzählen. Eine Erschwinderin. Oh. Nicht gut. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Mhm. Das ist so. Ah. Schön. Jetzt sind wir wieder hier. Dementsprechend können wir das gerne nochmal versuchen. So eine ähnliche Prüfung, wo sind wir heute schon mal begegnet. Und. Lief da nicht so toll. Deswegen versuchen wir es gerne noch einmal. Okay. Das hätten wir schon mal. So. Passt vielleicht. Ah. Okay. Irgendwo müssen hier noch welche sein davon. Die sind. Erstaunlich gut versteckt. Sehe nicht einen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Bei der anderen war das ganz gut. Da haben wir alle drei gesehen. Hier sehe ich nur das eine. Das müssen wir dann beim nächsten Mal unbedingt vergrößern. Ah. Hier unten ist noch eins. Wie dreht das mal? Das Symbol, auf das ich warte und suche, sehe ich nicht. Okay. Da. Oh. Funktioniert. Sehr gut. Da war es nur noch eins. Hat jetzt nichts damit zu tun, aber befreien wir dennoch. Okay. Wo ist denn die letzte? Ah. Da drüben, auf der Insel. Ich hoffe, wir kommen da hoch. Sehr gut. Funktioniert. Gehen wir gleich mal rüber. Wir holen uns die Kiste. Lassen die Gegner verschwinden. Lassen die Gegner verschwinden. Was gibt's denn da? Wir na nie wohnen. Auf die Knie! Autsch! Das ist reine Routine für mich. Hit-Replicus total. Konfringo. Spelliarus. Spelliarus. Bekommst du. Konfringo. Spelliarus. Sehr gut. Ich habe, dass das niemand gesehen hat. Wieder ein bisschen was zum Verkaufen hier oben. Hier oben. Da ist ein bisschen Geld oder Gold. Hier ist eine Axt, die brauchen wir nicht. Hier hinten ist eine Kiste, die nehmen wir natürlich sehr gerne mit. So, wir begeben uns einmal zu diesem Punkt hier. Mit dieser Prüfung sind wir gestartet. Hat da nicht funktioniert. Deswegen versuchen wir das Ganze noch einmal. Sollte jetzt klappen. Die Gegner lassen wir mal Gegner sein und gehen einfach vorbei. Wie war es möglich? Ich hoffe, die Gegner, die hier mal waren, sind jetzt nicht nochmal da. Aber nein. Passt das? Passt. Sehr gut. Auf ein neues. Hier haben wir schon mal diese. Passt. Passt. Sehr gut. Und dann war es noch der. Wobei, hier passt nichts. Dann ist es egal, wo wir anfangen. Und das passt auch. Sehr schön. Wir sammeln gleich mal die Herausforderung ein. Haben dann wieder ein paar mehr Inventarplätze. Können wir mal gucken, ob wir noch irgendwas haben. Weitere 14 und dann da noch den Rest. Also läuft. Sehr gut. Sehr gut. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Bye.